schön schön ja ich bin ein spieler ich bin noch ein bisschen einstellen ja schon nicht anzeichen klassischer spiel für kleine nein das wird schon alles richtig sein wir können jetzt auch noch neben gameboy spiel titel die geste angekündigt wurden können wir auch noch gameboy dran spiele spielen die echt groß sind also es sieht auch jetzt sehr überschaubar aus aber geil die sind tatsächlich verfügbar für leute die nintendo switch online in erweiterten version haben mit 1 2 3 4 5 6 spielen sechs spiele und das erste wir probieren jetzt auch einmal aus wir machen das ja immer und ich liebe dass das sie über jeder sache immer steht wie das funktioniert ich habe keine ahnung was das ist ich bin der bass adventure challenge practice make adventure normal in my kids got lost in other land ja 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 ich will spielen ist nicht viel ausweist echt wenig als es sind ein paar titel noch angekündigt so was wie golden sand was echt cool ist und da habe ich ja schon gesagt ich glaube da freuen sich echt die leute über training also ich habe schon gehört man darf nicht an die ränder kommen genau oder gibt es drei sekunden probleme spiegelt das da auf dem boden oder was soll das sein wir sind eine rekord hat ich weiß gar nicht ein paar titel noch angekündigt aber ich wüsste auch jetzt auch nicht ich glaube die fco teile über die würde ich mich echt freuen und sonst würde ich mich über die ich weiß gar nicht was gibt es denn noch ja die anderen mario mario advanced spiele ganz cool ja ja kirby ganz gut weil ich wollte mir tatsächlich auch die meisten spiele auf der auf der auf der wii noch kaufen bevor der shop dort halt da umgeht aber ey wir machen ja auch kein hehl draus dass das alles hier echt langweilig ist ausgetrickst ich finde auch geil dass die am Anfang was erzählen und ich das aber auch einfach skippen kann achso ich habe schon gesehen in die andere richtung der hat sogar was gesagt mit Art und Direction nein ey hey betrug betrug ich will das hier schnell umkriegen deswegen bin ich so ungeduldig ach das war schon ich dachte das wird ein bisschen kreativer noch hier ok so dann können wir jetzt mal einmal ich will einmal vernünftig hier äh spielen ok wow ah ich liebe es was mir auch einfach scheißegal ist ne ey betrug hier entlang das ist kein spiel also das ist ein spiel wo ich für keine gedulde habe das kann ich euch jetzt schon mal sagen so lustig ist es eigentlich ich es eigentlich finde bei einem kleiner puzzle äh puzzle spiel ist das ne ich wollte das paddelspiel sagen aber ja ok im prinzip sieht aus als würde man hier gepaddelt werden ey 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 du warst nicht so ungeduldig nicht so ungeduldig ey 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 die traurige Ende ok ich find's lustig so wir haben die europäische Version von Minish Cup als nächstes ein spiel was wir auch mal let's playt haben alles auf meinem Kanal auf der was ähm beziehungsweise das haben wir bestimmen gespielt und hochgeladen ich hab das spiel schon einmal im Leben durchgespielt und das wärst die Lune warum ist oben und unten dieser schwarze Balken nicht stört das sieht dann so aus als wäre das oben ein bisschen abgeschnitten ich bin was ich bin was ich bin was äh ich hab schon auf hab schon auf Discord gewählt das mit morgen mit den Hunden ja dann viel Spaß auf jeden Fall nein ich will nicht die ganze Lore jetzt erfahren ich kenn die doch ja vor langer langer Zeit gab's die Minish die haben ein Schwert gemacht und irgendwas mit ja das Böse kam dann wurde von der Minish ein Schwert gemacht oder keine Ahnung das äh Minish Sword ist das auch Minish Sword das Minish Schwert und das ist dann äh genau das hat dann der Held getragen und bla 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 und blub 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 wir kennen die Lore ja ich weiß das nochmal dann zurückspielen können wir noch vorspielen ja ja ich will spielen so ein bisschen so zum zum rumprobieren ist so was immer ein bisschen schwierig ne wenn man einfach so ein bisschen hier einfach äh also ich klar ich hab das ja schon gespielt aber ich will es mir angucken oder hier zeigen und so so ja zur Ehre von Link wird da ein Schwert äh zu ach für dieses ganze ähm Gedingsel da wird ein Schwert da geschmiedet und Zelda weil ich glaub die sind befreundet Link und Zelda so war das doch ich muss sagen es sieht auch wieder ein bisschen blass aus aber es sieht nicht so blass aus wie ich gestern in der Präsentation gesehen hab also das ist von den Farben eigentlich so ganz nett weil die Version von ähm die Version von der Wii U die hatte ja so ein echt starkes Farbproblem da war wie so ein Grauschreie überall drüber ich mag es auch dass er BASS heißt und nicht einfach BASS und dann fast jedem Zelda Teil schläft das ist einfach her ich glaub bis man auch hier vernünftig aus der Oberwelt kommt dauert das auch echt lange da kann ich mich nicht vertun HÖ also beziehungsweise bis man in die Oberwelt kommt weil das ist ja eigentlich so ey hier hast du das Schwert du hast das Minishfest dann müsst ihr jetzt dahin dann kommt Vati dann versteinert der Zelda dann ähm macht er das Schwertdienst kaputt dann muss man zu dem Minish gehen und das andere Schwert halt also man kriegt das Schwert und das andere Schwert jetzt das Minish-Schwert das soll man dann halt reformieren lassen bei dem Minish aber du musst erstmal den Minish finden dann gehst du in den Wald und dann ähm und weiß ich nicht das war halt so ein riesen hin und her mit diesem ganzen mit diesem ganzen Kack und und da gehst ja und dann fängt es halt erst an also dass du in den Wald gehen sollst ja ja ich weiß so direkt erst heute gesehen war mir gestern zu spät äh bin um neun und wieder äh eingedöst es war gestern leider gar keiner da aber ja es war halt theoretisch spät aber ich bin ja sowieso immer lange wach also dafür ging das eigentlich also für meine Verhältnisse ich weiß nicht wie weit ich hier das Spiel spielen soll also es ist halt Minish Cap ne kenn ich ich hoffe ihr auch und wenn nicht ihr habt jetzt die Möglichkeit wer dieses Premium Online Abo erweitert als Spielerlebnis hat das Schöne ist das ist auch echt ein Spiel da kannst du ja das Switch so schön in die Hand nehmen und dann suchtest du so ein bisschen und dann hast du Spaß aber ich hatte ihn ja auch damals noch ein Demo und Warns tatsächlich aber das ist ja spät ja ja irgendwas mit Minish keine Ahnung bla 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 ganz toll Zelda mhm 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 sie hat was gewonnen kein Hauptgewinn und ich verstehe immer noch nicht warum sie nicht das Herzteil sich holt weil ein Schild kann ich mir auch so kaufen nein so der Schild damit ich ein Schild hab und Link dann halt direkt auch gleich direkt mit einem Schild belohnt wird sind eigentlich Herzteile in der Zelda Lore irgendwie sowas von den Göttern geschicktes und Leute können damit nichts anfangen und Link verschluckt die einfach oder sowas ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung hey da ist der ist der Rotzebub aus äh Mojira's Mer Windraker ist nach Windraker erschienen na das Spiel ich glaub schon manchmal ja also auf jeden Fall mit dieser Reinfeld ich spiele ja immer Spiele blablabla 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 irgendwie keine Ahnung also ich glaube da würde ich vorher sogar tatsächlich sagen dass ich die äh die Game of Thrones Version sogar nochmal spielen sollte oh tot ja 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 keine Ahnung soll wenn ich so wenig darüber reden aber was soll ich erzählen es ist halt Zelda es ist ein Windraker nee äh äh Minishköp ich fand übrigens Minishköp war früher immer mein liebster 2 die Zelda Teil bis ich es dann nochmal gespielt hab und ich mir so dachte hm ja das ist auch aus Inga von Ocarina of Time ne war das einer der Farmer? Bauern? da ist das Minish-Schwert so so oh der König und das Königs-Theme aus A Link to the Past auch bekannt als Zelda 3 und als Vati hab ich schon mal aufgehört? war das mein Mauch? das war mein Mauch das shit hey das ist das Lachen vom Baskenhändler das ist mir aufgefallen oder das ist mir aufgefallen und ich hab's vergessen ich glaub das ist eher der Fall oh neun Majors Mest das wär auch so cool oder boah ich finde mir so sehr ein Remaster von den Spielen so ein Star so richtig echt geil aus nem Booster und ich so kann cool nicht in der 3DS-Fusion aber selbst die 3DS-Fusion ja jetzt kommt bestimmt Tears of the Kingdom drauf und dann direkt danach ich weiß doch damals als Scarlet Star erschien ich hatte das auch echt früh durch und dann war so die Frage mit ja und oder man liest dann überall schon so ja was ist der nächste Zelda Teil und man denkt sich so weiß ich nicht ja oh ja kein nur Monster ja kein Force weil das Force wo ist denn das Force? sag ich euch nicht ich hab das Spiel gespielt ich glaub wir gucken uns grad viel zu lange jetzt schon Minish Cap an ey ja es ist halt jetzt jetzt gehen wir zum König und dann erzählen die da genau die hat neben seinem Thron das ist immer einfach ein äh ein Haia-Raum das hätte ich auch gerne ich nehme meinen Thron nicht mein Schlafen zu daneben ist mein Wohnzimmer es ist Minish Cap reicht so wir haben Mario Mario RPG Mario Luigi Superstar sage im Prinzip Mario RPG 2 also so würden es jedenfalls Leute sagen die keine Ahnung haben habe ich auch mal als Let's Play gemacht war glaub ich mein zweites oder drittes drittes Let's Play was ich damals gemacht habe habe ich abgebrochen weil ich so schlecht darin war dass ich keinen Bock mehr hatte will ich schon seit Jahren nochmal neu spielen wär jetzt ein Grund tatsächlich dafür ja das sind so viele Spiele wo ich sag jo könnte ich nochmal spielen ähm ja Mario und Luigi RPG Reihe sehr sehr geile Spiele ich habe damals äh Abenteuer Bowser gespielt äh äh genau wo Mario und Luigi klein werden und dann in Bowser's Körper halt landen und damit dann Bowser steuern können und man selber auch Bowser steuern muss ähm habe ich damals gesuchtet aber ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern und ich habe es durch gespielt ja und das Spiel wollte ich dann halt let's playen hab dann verkackt und dann hab ich mir gedacht weil ich so kacke bin lass ich haha genau und das bekannte ist halt Mario äh und Luigi Spiele genauso wie die Paper Mario Spiele und genauso wie Mario RPG sind halt RPG Spiele wie auch bei dem letzten Film wenn ich jetzt genannt habe die das gesagt hat obwohl eigentlich ist es ja gar nicht Mario RPG 2 weil eigentlich ist ja Paper Mario Mario RPG 2 meine ich ja und äh eigentlich ist es so es ist halt sehr RPG-lastig du machst halt rundenbasierte Camps die aber sehr cool ist weil du auch interagieren musst da bin ich mit Luigi und die Musik von denen und äh abseits davon du musst dich auch leveln und aber ich bin tot okay du musst dich leveln und du musst äh Orte erkunden und es wird ja sehr viel erzählen ach stimmt Mario ist ja in der Büsch und dann singt da jemand ich könnte ihn ja wirklich singen ich glaube der hat mal gesehen als er sein Leben sehen wollte hm? ist auf jeden Fall auch eine Spielereihe die wir auf jeden Fall mal spielen werden auch wenn ich da gerne die Wii U Version nochmal spielen würde weil das was ich da damals verbrochen habe das zählt halt nicht ich glaube das sind doch nur 3 oder 4 Karts oder so und da ist jetzt schon Bowser ich stimmt das ist irgendwie jedem Mario RPG Ding irgendwie am Anfang dass man fast immer erstmal Bowser besiegen muss und der so ich wollte doch gar nicht oder so erstmal battle okay ja Mario was ich weiß auch wie das geht vollspann nein 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 ja weiß ich doch A drücken danke wow so Solo ja zählt nochmal kannst du nicht ganz vergessen kannst du bosen Angriffen ausfalten nein nicht ja aber das Timing rauszufinden wird schwer Luigi rastet da unkomplett aus mit dem ja eh oh Lore, Lore, Lore. Problem ist, wie ich versachte, die Spiele zu zeigen ist ja schwierig. Ich will einfach nur mal ein bisschen wissen, was das ist. Und ich erzähle so ein bisschen. Ach stimmt, die kann ja nicht mehr reden. Die macht nur was zu zeichnen und die explodieren dann. Das ist auch im Universal. Ich finde die Spiele eigentlich faszinierend, weil du halt sehr viel von den ganzen Sachen lernst, so in Marius' Welt. Und dann hauptsächlich halt auch, also wie die Welt funktioniert und Bowser hat so viel Charakter einfach, kriegt der. So, ein neues Abenteuer beginnt. Ja, ja, ja. Ich habe dir keine Tipps. So, genau. Das ist so, so funktioniert die Oberwelten. Ihr habt nur Pilze, du kannst Sachen mitnehmen. Ja, danke. Nein, nicht erklären. Danke. So. Pilz. Läuft aber eigentlich ganz flott, muss ich sagen. Das ist ein Kuhperling. Ich habe gedacht, man läuft irgendwie langsam. Jetzt selbst, ich habe meine Dings verloren. Mario, willst du mir besuchen? Ja, ich habe es wohl verloren, als ich um Spazien ging. Ach ja, etwas bin ich. Ich habe vergessen, was sein Dings ist. Was? Wenn du das findest, ändert sich das Action-Symbol. Damit wir finden, da kann man ja unsichtbare Sachen finden. Also wenn ich ja jetzt immer überfordert. Ja. Springen. Sprechen. Untersuchen. Schild oder ein... Okay. Nein. Nein, ich habe doch eingeklickt. Aber ich sage mal echt so. Bei diesen ganzen Titeln, die die hier veröffentlicht haben. Also, da ist man ja echt Jahre beschäftigt hier, ne? Aber wirklich, ja... Oh, ich habe das Dings gefunden. Äh, waren von Einkauf und neben uns hatte ein Packendes Auto ein Kennzeichen. Da, äh... Was? Fing an mit Matt. M-E-T-T. Das wäre echt so ein Traum-Kennzeichen, ne? Ja, meine Eltern sind tatsächlich morgen auch, äh, einkaufen wieder. Die waren heute schon. Ich habe ein paar Sachen gekriegt. Genau, hier haben wir uns speichern. Boah, es wäre auch cool, wenn wir ein DDS-Spiel hier rausbringen. Ich weiß, das wäre schwer, aber... So besonders Professor Layton hätte ich halt mega gerne. Oder dass die die irgendwie neu zeigen und machen. Ja gut, also das ist mal ein Luigi und jetzt kommt halt sehr viel Lore und bla und Erklärung und bla und ö und a. Da mit, äh, Top of Dwarf. Genau, das ist der gute Koffer, den sollen wir noch im Hauptkommeln. Ja, wir müssen ja hier auch nicht ewig hier irgendwie jetzt hier rum eiern, ne? Wir wollen lieber ein Spiel haben wie... Äh... Hört man deinen Titel? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja auch begeistert, wie eigentlich die Sprachausgabe oder generell die Sound... Der Soundchip des Game with Once ist gar nicht mehr so schlecht. Mario Kart Super Circuit. Ähm, ja, das ist, äh, Mario Kart 3. Und, nein, ich... Habe ich nicht gespielt. Äh, es steuert sich sehr ähnlich wie, äh, Super Mario Kart. Und ich mag Super Mario Kart nicht. Oh, man kann random. Ich liebe übrigens... Das ist nicht Luigi. Ein Bruder, das können... Also es sind teils die alten Geräusche aus Mario Kart 460 und der beste ist natürlich... Ich will Wario. Wario ist so cool. Mal schuhen. Ja, das Problem ist, die sind leider nicht so besonders, ne? Die Sachen. Wenn ich mich nicht vertue. Naja, ich bin nicht so... Also... Und es ist eine Besonderheit da. Und zwar sind alle Strecken auch noch aus Super Mario Kart dabei. Voll der Boost. Okay, das trifft mir das echt kacke. Mein Bruder hat schon ges... Also ich habe das kurz bei meinem Bruder gesehen. Aber es ist genau dieselbe Steuerung wie sonst auch. Und das finde ich schon sehr... Also eigentlich schlecht ist das jetzt nicht. Das ist halt sehr... Ich sage mal, limitiert. Oh, okay. Aber... Aber jetzt so richtig nicht. Nö. Okay. Also ist es annehmbar. Ich nehm's... Ich find's annehmbar. War schön ab... Das stinkt halt hier. Das haben die mich so schnell überholt. Das ist schon hier... Das ist schon eine freche Angelegenheit. Also das muss ich schon sagen. Ich will tatsächlich still in meiner Familie morgen da hinkaufen, wo ihr auch immerhin geht in die Jupps. Oder laden in der Nähe. Schön. Wir ein bisschen weiter fahren. Ich will noch ein paar Röntgen. Oh. Den... Den... Den gibt's in Market Wii. Gab's da von Wii Make. Meines wissens nah. Ja. Da 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 da. Das ist schon echt eine Erfahrung, muss ich sagen, dieses Spiel. Aber ich finde es eigentlich, also wenn man bedenkt, wie alt das eigentlich ist. Bin ich jetzt, na, ein Typ mit Wasser. Zumindest kann man eigentlich sammeln. Ich habe jetzt einen neuen. Nein! Und komplett verkackt. Und wir haben gewonnen. Auf den zweiten, dreier, dreier rote Panzer kommen, wo also, also, äh. Das waren eben von der Kraft vom N64 so stark. Ja, irgendwie schon, ne? Also, es ist eh nämlich irgendwann am N64, aber halt so, ich weiß nicht, es ist so eine Mischung aus N64, ein Super-NRS, aber eher ein Super-NRS, um zu sein, ne? Als erster wäre ein Bass. Ich, ich tue mein Bestes. Aber ich spiele, ich würde auch sagen, wir spielen auch nur den ersten Cup. Wieder auch einfach nur reingucken, ne? Na, guck mal. Riverside Park. Und sollen wir nicht das, ne, das ist nicht das Remake aus, äh, Also, es gibt ja eine Strecke, die finde ich total geil. Aus, ähm, aus der, aus der Wii U-Version. Das ist auch so ein kleiner, grünen Ding. Wir müssen übrigens gleich noch eine, äh, Einkaufsliste machen. Ich habe gehört, die haben da gut Pizza im Angebot. 1,99 für Tiefkützer. Was heutzutage ein echt guter Preis zu Tiefkützer ist. Ob ihr es mir glauben wollt oder nicht? Let's go! Also, es sind auf jeden Fall die ganzen Sound-Piles aus, äh, aus, äh, aus dem 64-Ableger. Das finde ich schon mal lustig. Alter, mit den Tüften komme ich noch nicht klar. Kannst du den Wasser fahren? Nee, das konntest du erst seit mal 47. Früher geht das noch nicht. Also, das geht echt noch gar nicht so lang. Nein, oh, shit, das war ein Pilz. Na, fahr doch. Hast du überhaupt Spaß gemacht? Wie, hä? Äh, weil man nicht im Wasser fahren kann oder das Spiel an sich? Wie, 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 wie oft will er denn noch hier, äh, Loose haben? Die Spiele haben früher richtig Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, mein liebstes Teil war früher Mario, äh, Mario Kart 64. Als ich klein war, weil den gab es damals als Kind. Und Mario Kart Wii habe ich auch Stunden, Tage lang durchgesucht. Und ne, Senryu? Das ist in Rio alleine, die Pilzschluft, sag ich nur. Gute alte Pilzschluft. Ist ja wie sehr früher nicht gespielt, man kann. Also, du kannst die auch alle ausprobieren, wenn du dieses Erwartungspack hast. Ist der rote, äh, Panzer fies, wenn man, äh, den abblick, wie seht ihr den nächsten Fahrer an, der dann vorbeifährt. Oh, das ist echt fies. Sieß. Oh, Bowser's Schloss. Das wird irgendwie auch immer geremaxt. Gibt es, glaube ich, ne Wii? Ich glaube, beim DS gab es das. Ich glaube, bei, äh, bei Mario Kart Tour gibt es das auch irgendwie drei oder vier Mal. Oh, die Musik geht ab. Mario Kart Tour ist da sowieso so ne Sache gesucht. Mal den Affen reingewirkt. Ich weiß auch gar nicht, ob das das, ne, das ist nicht aus der Wii. Glaube ich. Okay, man kann mehr als zehn Münzen, wenn das hier jetzt ist. Ich habe gerade so 17. Was bringen hier eigentlich die Münzen? Ist das auch so, dass man mehr bessere Beschleunigung hat? Ich bin ja echt, ich bin ja echt aufgeschmissen bei dem Spiel, ne? Aber ich finde es nicht schlecht. Also ich muss sagen, für ein Game Boy Run Spiel, also ich habe mir jetzt Schlimmeres vorgestellt. Ich weiß ja, viele mögen ja Mario Kart, äh, Mario Kart DS. Ich muss sagen, ich bin nicht so groß der Mario Kart DS-Fan. Aber auch, weil ich das nicht viel gespielt habe, so, weißt du. So, das war die, war das das vierte Rennen? Ich weiß es gar nicht. Ich muss ja nicht verwirklich sein. Und, wie viel bin ich generell auf Platz 2 bestimmen? Oh! Ich bin 23 und 24 und bin trotzdem auf Platz 1, weil ich halt Spieler 1 bin, der ist automatisch auf Platz 1. Was rede ich denn da? Schön! Nein! Da guckt sich das an. Wario. Als Sieger. Nö, also, ich habe es, wie gesagt, mir schlimmer vorgestellt. Weil Handheld und so. Dann eh. Oh, man sammelt die Münzen anscheinend auch noch. Okay. So, always for, always for souls were saved. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob man die Spiele überhaupt komplett zurücksetzen kann. Ich hab keine Ahnung. Ja gut, das war Mario Kart. Was haben wir denn noch? Wir haben noch Mario, äh, Super Mario Bros. 3. Also Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Ähm, interessant an der Sache ist, ähm, das sind halt im Prinzip die, äh, die, die, ähm, also die Mario Advance Reihe sind halt eigentlich Remakes von Mario Spielen. So. Und das ist halt das Mario, äh, also das ist auch unabhängig, was das genau ist. Und das ist halt ein Remake von dem Mario, Super Mario, äh, Bros. 3. Okay. Cool, gibt's aber Multiplayer. Und... Here we go, Super Mario! Ach, Mario Bros. kann man auch noch spielen, wenn man nicht Mario Bros. spielt. So, dann wollen wir doch mal schauen. Genau, Mario Bros, äh, oder, äh, Super Mario Bros. 3 ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Wii-Remake. Das ist... Warte mal von... Ach, stimmt, das ist das Remake von, äh, von, äh, der All-Star-Version auch noch, ne? Von der ersten Konsole. Ja, also von der ersten großen Konsole. Tatsächlich ist die NES gar nicht die erste Konsole. Sondern die... Äh, äh, Famicom. Nicht der Famicom. Entschuldigung, das ist ja die... Nee, das ist echt nödel. Aber die Grafik... Also die Fram haben ja aber hier echt schön gemacht. Obwohl ein bisschen grau ist es schon. Also dann muss man schon... Ein bisschen lecker. Just what I needed? Okay. Okay. Schade. Hä? Achso. Du kannst auch fliegen. Ja. Wenn ich den... Den Tanuki-Dings hab. Das Spiel besitzt noch eine Alte-Version. Also ich besitze das hier... Auch noch das ganze Alter. Für die NES. Hier. Aber ich hab das Spiel auch zig... Mal für zig verschiedene Konsolen und so. Ich mag's auch. Also ich muss auch sagen, ich mag, äh... Mario Bros. 3. Obwohl ich tatsächlich mit den alten... Nintendo, äh... Mario-Spielen so ein bisschen... Problem haben. So, äh... Ich weiß nicht. Irgendwann ist dieser Punkt, wo es mir dann doch... ...nicht mein Fall ist. Sag ich mal so. Um es nütz zu sagen. Und das war's schon? Okay. Eine Karte. Aber eigentlich haben die's ganz schön gemacht. Also es ist halt klar. Es ist halt... Oh. Nein! Och Mann! Ich verkacke ja auch alles grad. Mann! Ach, ist mir total egal. Mann! 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 Nein! Ach, was mache ich denn da? Ja, ich will ja einfach auch nur so spielen. Also, wir machen das so ganz toll. Oh, Demokarte? Was ist der Volk? Wo ist das? Ich bin hier... Ich verzweifle bei diesen Spielen. Ich verzweifle hier so schnell. Das kann ich gar nicht vorstellen. Wie schnell ich hier verzweifle. Ich glaube, mehr als Münzchen gibt es hier leider nicht, ne? Ich kann auch auf den den Tod. Ja, das ist so der Klassiker. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwo war. Ja, hier raus. Alter, der bouncet mich immer wieder zurück. Just what I needed. Just what I needed. Na! Ey, das verarscht mich hier nicht. Also, ich fühle mich hier auch... Da ist schon so ein bisschen Betrug hier manchmal, ne? Würde ich einfach mal so sagen. Hui! Level geschafft. Ich habe noch eine Karte. Karte, Karte. Da ist ja die Karte. Ich will Karte. Ein Up. Ach, ja. Ich will Kiste drücken. Bitte. Ja, ein Blatt! Schön. Ach so, und das Besondere ist, hier sollen wohl auch alle Level sein aus diesen Kartenleveln. Es gibt Kartenleveln. Das ist aber neu, oder? Hat sich das mal so bewegt? Ne, doch nicht. Es gibt Level, ähm, da gab es so Karten für den Game of Thrones und die gab es aber leider nie in Deutschland, diese Karten, wenn ich das nicht richtig vertue. Und die haben die halt hier auch in dieser Version mit reingepacken. Brauchst du die Flöte, dann kommst du weit. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Also, mit der Flöte, ja, die kenne ich hier in dem Spiel, aber ich glaube, da kann man sich dann teleportieren in die andere Welt, ne? Nicht verarschen. Ich habe immer das Gefühl, die wollen mich hier alle verarschen. Alle betrügen. So, so spielt man das Spiel, da habe ich sie ja immer falsch gespielt. Ja, siehst du. Dann habe ich Stunden gespielt. Also, ich habe die früher auch. Also, ich habe die teils gerne gespielt, aber... Ich weiß nicht, das wäre immer so eine Wechselwirkung halt, ne? Ich habe manchmal Bock bei solchen Spielen, manchmal nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, was das hängt. Wir können noch, wir machen noch kurz die Burg. Dann würde ich sagen, dann rat weiß das auch. Außer wir sterben, dann ist sowieso Schluss. Also, wenn ich mir... Ich glaube, in dem Bogen waren diese... Ne, war das überhaupt hier? Ich habe keine Ahnung. Diese Dinos? Ne, das war in Mario World, ne? Die Dinos? Keine Ahnung. Gott. Aber was weiß ich schon, ne? Ah, hier war, glaube ich, aber auch das Stachel-Ding, ne? Ja, würde ich mal sagen. Das war hier. Ich habe Super Mario Bros. 3 Raub und Runter gespielt. Also, von den alten Teilen habe ich... Weiß ich gar nicht. Oh, Gott. Weiß ich gar nicht, welchen Teil ich so weit gespielt habe. Keine Ahnung. Das war auch nicht so meine Generation, um das so mal zu sagen. Ach, Bum Bum war hier, okay. Wow. Wie schwierig. Oh, wir haben schon acht. Alter, es ging jetzt aber plott. Ja, gut. Wollen wir speichern und... Das war Mario Bros. 3. Und wir kommen zum letzten Spiel. War... Ist das noch europäisch? Wir sind das... Ich bin gerade so ein bisschen überdeckt, aber ich glaube, das steht da. Ja, WarioWare Inc. Den Gegner habe ich geschafft, ja. So, auf Deutsch. Ja, WarioWare ist eine Sammlung an Minispielen. An kleinen Minispielen, die meist wirklich nur aus Knopfdruck bestehen. Und, ähm... Ja, ist halt eigentlich hauptsächlich zum Schilden, aber sie sind trotzdem stressig. Ich bin nicht so der große WarioWare-Fan. Es kommt tatsächlich sehr viele Spiele immer wieder. Ähm... Ich finde es okay. Es ist aber so gar nicht meine Art von Spiel, sag ich mal einfach so. Ob ich das auch per Zufall machen kann. Diamond City 2000X. Früher, wenn er immer 1900XX stand, und man dachte sich so, welches Jahr? Und so weit ist das doch gar nicht weg. Und hier sind ja auch nur neun Jahre möglich. Ja, obwohl es hätte 10 mit 2000. Will ich das nicht überdrücken? Weil wieder der am Ackern ist. Bereit für meine Spiele? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es ja nicht. Oh, stimmt. Das ist ja das Ding, was sie mal dazwischen spielen müssen. Genau, das sind halt solche Spiele. Die werden halt dann irgendwann mal schwieriger und... ...ein Würstchen waren. Und mein liebster Teil war... Und da habe ich wirklich... Also Stunden ist schon... Oh, shit. Ich dachte, ich kann schon früher drücken. Und da... Also ich finde, Stunden ist schon wirklich sehr untertrieben zu sagen. Ist WarioWare... Do-It-Yourself. Weil du da selber Spiele erstellen konntest. Und das hat so Bock gemacht. Auch Soundtricks zu erstellen und so. Ich hatte da früher so viel Spaß dran, ne? Ich mag die Jumpman-Spiele lieber, sind halt... Ich weiß nicht, was... Ich weiß aber gar nicht, warum die Spiele so beliebt sind. Ich finde die halt echt nicht so klasse. Nein! Nein! Ich bin tot. Nein! Ich kriege gerade Hunger auf so... ...so... ...einfach Graubrot. Ich habe jetzt richtig Bock drauf. Irgendwie mit Leberwurst. Das ist so richtig... Ich kriege gerade Hunger. Wie andere heute. Wie fangen wir denn jetzt an? Nein! Hey! Die werden halt immer schneller, die Spiele, ne? Das ist halt der Crew in der Sache. Es ist lustig. Wie gesagt, ich verstehe es auch nicht so ganz, den Hype. Was auch nicht... Ich weiß nicht, irgendwie die letzten Jahre erschienen auch oft... ...also echt oft die Spiele, ne? Aber so echt oft. Was kann ich denn, was ich da machen soll? Der hat da automatisch das gemacht. Ich kann es nicht! Ähm, sowas von verkackt. Weil ich ein Ding nicht gut kann. Ja, egal. Oh! Aber das muss ich sogar schaffen. Alles klar. Optionen, Epilog ansehen, Namen ändern, Daten löschen, Netz. Ja, es ist... Es ist halt auf jeden Fall interessant. Ja! Ich würde sagen... ...haben wir uns dann hier die paar Game of Thrones-Spiele angeguckt. Also es ist halt echt wenig. Es ist halt echt wenig. Aber ich muss sagen... ...alleine Minish Cap und Superstar Saga... ...da hast du schon tagelang Spaß. Also würde ich mir gar keine Switch-Spiele kaufen. Auch hier Mario, klar. Das ist für zwischendurch, für zwischendurch. Das ist okay. Ich hätte mir gerne vielleicht noch eins gewünscht. Es gibt auf jeden Fall für Game of Thrones echt eine Menge Spiele, wo ich sagen würde... Ist das der grüne Mario im Hintergrund? Es ist doch Luigi, aber der sieht so plump aus. Lustig. Naja. Also ich würde sagen, es ist okay. Für das, was es ist. Also ich hätte mir mehr gewünscht, aber... Oh, hey. Oh... Ich bin ein bisschen stricken. Und ja, ich bin mal gespannt, was noch so dazukommt. Also Golden Sun habe ich schon gesehen. Ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht noch Forced Hearts wäre cool. Das wäre richtig geil. Weil das gibt es ja auch nicht mehr, so die Möglichkeit zu holen. Vielleicht noch... Wie machen? Luigi gibt es ja gar nicht mehr, so. Ja, ein paar andere Mario-Spiele. Auch die Yoshi-Spiele, dann solche Sachen. Der grüne hinter dem roten Luigi. Genau, der grüne Mario ist hinter dem roten Luigi. Luigi ist heute oft vertreten im Studio. Tatsache, Tatsache. So, dann würde ich sagen, dann war das hier mit den Game of Thrones-Spielen. Könnt ihr aber noch sagen, was ihr dazu sagt. Und ich würde sagen, war interessant. Und jetzt gucken wir, was wir jetzt noch machen. Ja. Ja, danke. Vielen Dank.